äh ja ich hoffe wer wird denn auf jeden fall commander machen oder wer ist irgendwie cool sind zwei anwes ich gehe auf jeden fall gern noch mal im ring commander irgendwie klappt das halt gut es passiert immer glaube ich muss das mal im single day üben mit dem commander ist ja nur hier exploration naja zumindest wissen welche gebäude man braucht um irgendwas zu erforschen glaube ich lohnt sich erst mal genau deswegen halten wir forschen und so weiter einmal gucken wir brauchen ja scheinbar drei drei vier hives und überhaupt alles so bauen zu können ich werde es mal eben allen antworten jetzt mir gratis schreiben so ein kräg halt so und so ein kräg von spaß ok ich probier mal in den kommenden wo das dürfen wir diese ohne verlieren wir haben gerade verloren jetzt jetzt müssen sie gewinnen ich weiß nicht was enden wir tut keine es ist ja immer irgend so wahrscheinlich das sind geschwister soll ich kann kommen soll ich kommen machen ich bin mir nicht sicher ich bin alien ich bin random ok ich brauche ich brauche die grundlage jetzt beim transit mal bitte um baubefehl geben ich weiß nicht ist chileko einer von uns chileko 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 unser commander bei der marine ja da ist einer von uns ich lauf hier einfach mal querbeet hat schon mal gut dass ich jetzt den vorhang dabei habe dann kann man sich wenigstens verständigen hier anstatt mit ihrem gang um zu rennen der keine ahnung hat oder französisch ich weiß nicht wovon ihr spricht das wird eh später alles rausgeschnitten das wird alles zu meinem vorteil gerendert weil das die französisch in deinen hausgegen geschäden welting bitte auch einer baubefehl so mal gucken ich habe keine ahnung was ich hier mache ich brauche einfach nur scheiße hin aber da ja du musst mal hier eher mal nach extraction points umbauen aha ich war doch am reden lecker smelting extractor perfekt damit denn ich später ein ressourcen problem kreis ja ich freue mich auch von hinter uns so nein fiese map okay vor allem hier haben wir schon facegates auf der rennen seite ja okay auf der anderen seite gibt es keine facegates ja die map habe ich glaube ich noch nie als alien gespielt das ist eigentlich unglaublich da war ich schon wieder solche krabbelbeine ja das ist halt nicht hier ja komm doch hoch ja schick da einfach auf ne kiste drauf hä hä geht auf ne kiste ich kann man doch nicht ah Spaß ist das aber ich fand's lustig fandst du es auch so lustig wie ich und das 2 fanden es lustig von den 3 die zugeschaut haben Invit One Kai sind das überhaupt welche bewegen die sich überhaupt ich habe die noch keinmal gesehen Wer findet das schon toll? Außer es gäbe eine BH-Kanone, dann wärst du davon beschossen. Das wär jetzt nicht weiter ausführen. Ach dann halt nicht. Dann ist jetzt der Zeitpunkt um sich im Teamspeak zu beleidigen gegenseitig. Wieso sterb ich als Elgin immer so früh? Äh als Mensch? Weil die Menschen... Ich wollte hier jetzt viel mehr Schaden machen am Anfang mit dem Fressen. Da wollte ich dich gerade messern. Und die Menschen sehen. Falsches Spiel. Hammer. Ja. Wisst ihr wieso die Menschen so schlascht sind? Wir sind nie da raus. Deswegen haben wir auch letztens sowieso genannt gewonnen. Ja, weil wir uns gut geworden hatten muss ich sagen. Boah, was geht denn ab? Ich spreche denn hier rum ey. Hab ich wieder eine Ausrede. Ja, Doktor Profi im Team. Ja, ist auch. Ist ne gute Ausrede. Da kommt jemand. Wir roben Pace geht's aber auf Marine Seite. Wir bräuchten Farmer in Base Drüben. Ja, bis dahin komm ich an die Zug. Okay. Ah, still. Leut. Okay, ich komm grad zurück zur Base. Ja, aber warum kann ich keinen Schaden drauf machen? Komisch. Jo, ich geh mal Exchange sofort. Ja, die werden jetzt Zeit. Können alles wieder zurückpressen. Fu Hang und Fu Me. Wer ist da? Dich nehm ich auch noch mit. Hüpp nicht so viel. Das machen nur Mädchen. Doktor Amazing. Mein Todfeind. Was schaut doch hier. Links ist irgendwas. Das tut weh hier. Ja, sowas. Dann machst du tot. Komisch. Ja, es ist. Boah, ich hab keine Energie mehr. Boah, ich hab ja was komplett vergessen. Äh, Upgrades. Ja. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Boah. Da kommt er aus der Ecke. Ha, 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 ha. Ach, so stimmt was ja wieder auch gut. Sache. Wie viele muss ich denn vielleicht töten? Ele, wir sind die Unerwartung. Ähm. Ach ja. Wahrscheinlich sind die Menschen auch die Bösen. Natürlich, es sind Menschen. Das ist alles nur ne Frage der Wahrnehmung. Ja. Ich meine, wir kommen ja nicht auf eure Planeten und greifen sie an. Richtig. Wir kommen auf eure Station. Was kann ja sein, dass diese Station auf einem Planeten der Ellen ist? Damit das ist unser Planet. Hallo? Die haben... Die haben ihre Basis auf unsere Menschenfleischfabrik gebaut. Also ich glaube, die sind hier die... die Angreifer. Ja. Ich spiele tief. Oh, Frosier, Meerendift. Blum. Scheiße. Scheiße. Ich könnte nicht mal sagen, ob du was richtiges gesagt hast oder nicht. Ja, ey. Der hat doch ne schöne Sprache, so wie Spanisch oder sowas. Ja, ich... Ja, ich muss... Ich bin doch schöner und... Naja. Du bist doch schöner als Spanisch, das würde ich gern sehen. Ich sag dir, ich bin Schü... Also dieser Shape leckt sich auch ein bisschen durch die Gegend. Ich sag dir, ich bin Schüler. Ach so, du bist... Ach. Das ist der Dialekt jetzt. Ich hab gesagt, ich würde das manchmal nicht verstehen. Das akzeptiere ich nicht. Ja. Ja. Hol mich doch, hol mich doch, ihr Fichers. Fichers, Fichers, Fichers. Gerne. Das geht nicht, wenn du 3-4-Meter-Sprünge machst. Vom Leggen. Das sind nicht grad die besten Plätze für die Sentries, aber nur gut. Au. Und er... Nix da. Ich wurde von dem Franzosen getötet, oh mein Gott. Ah, das sind Franzosen. Ich... ich löse hier rin. Wir lösen hier rin. Ich löse sofort die deutsch-französische Freundschaft auf. Du ganz allein. Ich ganz allein. Er hat Einfluss. Ja. Dr. Proof hat's gesagt. Ja, er hat Einfluss. Er ist kaputt. Angela Merkel, Abonnent. Interessenfreund. Scheiße. Interessenfreund? Ja. Werde ich das auch nicht weiter ausführen, ne? Die guckt immer meine Town's Let's Plays, damit die weiß, wie man so eine Stadt aufbaust. Ja. Deshalb ist Deutschland so am... Ja, also das letzte Mal hatten wir wieder eine Mauer. Boah. Wieso kann ich nicht mehr in den Halt gehen? Äh... Du wurst... Du wurst vielleicht rausgewählt. Yeah. Du bist raus... Oder bist du rausgegangen? Äh, ne? Ich wurde dann rausgewählt, aber... Boah. Wieso geht der nicht drauf? Ich bräuchte ja... Ammonisch... Ja. Ja. Ich wurde raus... Ich wurde rausgewählt. Ja, aber wer soll dann da rein? Das sind immer die intelligentesten, ey. Ich bräuchte hier mal Hilfe. Denn ich komme nicht mehr über den Gang. Ich guck mal kurz im Duden, wie hier definiert wurde. Ja. Boah, ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Ja, ja, gut. Die Kommandostation ist zwar kein Madpack, aber... Oh, Spinny, du bist Lebensretter. Wofür? Für... Geh auf Kommando-Posten. Danach ne Armory, bitte. In Smelting. Kommt von oben wieder was, bitte, hier. Und wir bräuchten... Wo ist er? Wir bräuchten in der Armory ein paar neue Waffen. Über uns. Nom, 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 nom. Mensch. Jetzt wirst du mal stehen. Nee, wer steht, verliert. Nom, 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 nom. Boah, Zweiter. Ich geh weg. Lass mir in Ruhe. Ach, das ist doch uns. Na dir! Nein! Lass mir in Ruhe. Kämpf! Nein! Ich geh jetzt zu meiner Familie nach Hause und trink erst mal einen Kaffee. Niemand will dich. Ich komm nach der Tea-Time wieder. Oh ja, mach ich mit. Wie die Briten. Nein, es wird jetzt nicht weitergekämpft. Jetzt ist erst mal Tea-Time. Ich will jetzt zu gerne eine französische Beleidigung schreiben. Digger, dein heißes Wasser mit Milch. Tea-Time, heißes Wasser mit Milch. Genau, heißes Wasser mit Milch. Asterix und Obelix. Äh, bei den dritten. Oh, da. Ich weiß nicht. Ich will den Franzosen mutieren, aber was er sagt, ist auch scheiße. Oh, danke. Bitte. Trotzdem bräuchte ich hier wieder mitwählen. Boah, Eagle. Und zu spät. Der Igel hat mich gesiezt über Steam. Das geht gar nicht gerade. Ach, seien sie doch ruhig. Ach, Mann. Wie nicht gut. Wie nicht gut. Wie nicht gut. Bis dahin der Riff-Rex-Tresor. Herr Proof. Ja, total. Ja. Ein Vorbild für die Jugend. Ah, ist Frankreich. Ach, ist schon mit zur Zeit? Den musst du erst mal sacken lassen. Hm. Wer will mit mir den Franzosen in den Hochsträten? Ich will durch die Ventilation. Meinen fertig. Wurfe Pi? Boah. Ich will mit der Elektrizität. Ah, er ist weggebaut. Alles verkauft, oder was? Ah. Oh mein Gott! So, dann 1, 2, 2. den 8-Leuten. Die Leute, der Typ bei Smelting sollte da mal was tun. Ah, sehr schön. Online, wir schreiben, dann aufgehen. So, weg. Weg. Kann sich auch manchmal ein bisschen erstellen. So, dann hat er Platz. Naja, ich... Soll ich mal wieder hoch. Ist unser Commander keine Ressource oder warum geht's nicht weiter? Welches Team bist du? Marine. Das interessiert Spinny nicht. Okay. Äh, Ressourcen haben wir genug? Äh, wir haben doch jetzt nicht nen Hive verloren, oder? Warum haben wir jetzt nen Upgrade verloren? Das ist aber schön. Was recycelt der Hive? Oh, gibt's ja was unsichtbarer. Alter. Wo seid ihr denn alle? Scheiße, SMK. Entschuldigung. Du, Schumann nicht. Du, Schumann nicht. Hier ist nix mit kaputtmache. Ich mache kaputt, okay? Ich seh mein Leben. Au, 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 au. B, B, B. Aaaa. Wir könnten Wälder auf Marienseite gebrauchen. Du, 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 du. Ich weiß auch nicht. Aber wenn ich jetzt Luxemburg schreden würde, würde dir niemand was verstehen. Ne, die verstehe ich auch nicht. Wart mal, wir haben rund 92 Wochen. Kommt der denn schon wieder her? Da ist generell das Problem. Können wir unseren Kommando mal bitte kurz ausbitten, da? Wir haben 102 Team-Lessourcen. Fuck. 200. Jaha, SMK. Jetzt bist du tot. 200. So, das war der eine Streich. Naja. Aua. Jajajajaja. Ich hab mich zu sicher gefühlt. Hinter der Schüssel. Ich kann erst ein, ähm, richtig stolter als Commander sein, wenn Dr. Poop das auch kann. Was, du kannst nur guter Commander sein, wenn ich das auch kann? Ja. Ja. Tja, genau. Au. Fu-Hang und andere Suppen haben mich getötet. Ist mir so schön vor die Schuhe drin gesprungen. Ja, ich hab ja auch die Nähe gesucht zu dir. Ich wollte auch mal so richtig schön umarmt werden. Du Scheiße. Äh, ja, ne. Ruhig. Siehste, ich hab dir jetzt auch Liebe gebracht. Die sind schon beim, beim Command Station hier. Komm, Alexander. Dir knapper ich auch noch am Ohrläppchen. Dankeschön. Dankeschön. Oh mein Gott, das gibt's auch nicht. Komm her, komm her. Komm an deine Schrotflinte. Komm zu meinem Mund. Komm zu meinem Mund. Komm zu meinem Mund. Die Schrotflinte ist dein Freund. Du darfst nicht vor ihr weglaufen. Ja. Ey, wir haben keinen Commander. Da ist ne... Da ist ne... Da ist ne... Das ist ne Pinata Schrotflinte. Da kommen Süßigkeiten raus. Wohan, wir brauchen ganz dringend neue Waffen und Waffen. Ja, ich muss jetzt mal kurz die Forschungsteile suchen und dann finden und dann forschen. Pass, pass, pass. Das ist ja auch nicht normal. Das wird ja nicht gepackt. Uppsala. Bitteschön. Der Alexander tölt mich ja bei euch mal, wenn ich grad hier eure Peripherie kaputt mache. Geräte. Geräte? Der Gerät. Wir haben alles im Gegnerteam Franzosen sind. Alle mit FR. Alle mit FR. Aber dieser Scharke, oder wer ist denn das? Das ist das eine von uns. Ne, ne, Shake ist nicht von uns. Habt ihr Franzosen im Team? Ein Cheater. Weiß ich nicht. Okay. Wenn, dann würde ich das Verbündnis auflösen. Wir könnten den jetzt mal ganz dringend Wälder gebrochen. Lass dich nur eben zu tun. Das ist das letzte Mal. In der Armory kannst du die Sachen kaufen. Der hat nicht mal eine Armory. Ja. Gute Information. Boah, Alter. Der Rest ist ja noch mehr. Okay, das Spiel war nicht so richtig. Wieso haben wir hier zwei Bezugte im Team? Du, du, du. Ich sterbe mich hier immer. Ah, nein, komm. Ja, super. Ich laufe Dr. Puff dahinter. Ah, sehr, sehr. Wie war das in der Zone mit Thorn Cap? Ich nenne das Base Attack. Ich nenne das Base Attack. Boah, hör doch mal auf. Kostatur. Ey. Wie du mir so gestehen. Perfekt, Wälder. Naja, das ist nicht so gerade was wir brauchten, aber okay. Doch, ich brauche jetzt Wälder. So, Wälder. 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 Wie ist das mal gleich mit den ersten, hier, Mutors? Ah, die Waffenupgrades kommen auch jetzt. Nein, los. Dennoch müsste ich mal mal die Manks stoppen. Hab ich auch noch nie gemacht. Wohl einmal. Wir haben hier die Battery im... Wir wollten hier eine neue Battery in Action. Und einen neuen Naked Rector. Der war doch mal gut. Äh. Weil die Battery, die da hinten steht, die... Reicht nicht bis zu den Türmen. Ich dachte, da ist es nicht geholfen. Äh, wir werden hier bei Pipeworks wieder angegriffen. Perfekt. Na klar. Einen Spinner mit dem Boot. Gut gemacht, Ferran Odingens. Tsch, ich bin nicht wirklich nur. Oder... Ne, nicht vor allem. Wer hat das Ding, das Ding ist... Nicht vor, Ronos. Ach ja, voll. Ach, jetzt kommen sie mit Ronos schon an. Na, mein Spiel hat sie aufgehangen. Hm, ne Scheiße. Hm, jam, jam. Ja, ist so klar, dass dieser... Ganz ruhig. Ne, die Runde verloren haben halt ewig lange Kei. Und nichts ausgegeben. Haben wir an Rohstoffen. Wieso, jetzt könnt ihr alles abrollen. Ey, und wir haben erst ein Ohnes. Richtig. Aber gleich kommt der Zweite dazu. Wenn du Ressourcen noch hast, dann bauen wir noch bei Exchange... Oh, da kommt der Ohnes. Ah, ah. Oh, noch eine Ahnung. Ja, nur durch angucken, wär's dir umgefallen. Jo. Kann der denn so spielen? Wenn der passt. Perfekt. Weil wir sind direkt am Hive hier. Ist das nervig. Kannst du dir hier wieder so fallen noch. Oh, fuck. Ja, Ronos. Ey, wieso? Spinn... Was? Okay, du bist besser gekommen als sicher, egal. Könnt ihr mal irgendeinen da rausbomben? Servers raus. Wer nicht? stirb 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 weil irgendjemand das Spiel ist abgeschissen und ich komm hier auf den Server drauf Fuuuck wie viele denn noch von euch? alle wie viele ey seid ihr denn? zu viele wir können leider keinen rauskicken oder worten oder so weiter aber wir gucken mal nach der Runde nach einer besseren Lösung vielleicht weil mich hatte ich wurde auch schon zwischendurch angeschrieben wie das wäre den eigenen Server aufzumachen irgendwie aber ähm wo würdest du dann den Server mähen? ey dieser Schakel so nervig logisches Viech das Spiel ist dann logisch denn wieso sollen die ich kann das einfach nicht egal welche Seite ich immer so schnell drauf das ändert sich noch ich find du stehst du auch schnell boah ich hab Dr.Poof killed ja aber guck mal der Schakel da guck dir mal deine KD zum Beispiel an das geht doch gar nicht ja der hat am Anfang so ein bisschen geleckt ganz klar boah jetzt kommt ein Gift hier runter du 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 august du sulfur also Per valshop der Tabatter glaube ich kann gar nicht mehr mejinen Okay, Dr. Booth, Shady, jetzt suchen wir die Menschen. Hauptsache, jetzt ist das Überende. Na, wer versteckt sich hier in der Ecke? Ich will nicht als Ampryo in die Dinge kommen. Ampryo? Okay. Ich würde sagen, wir können surrendern. Wir gehen nicht auf. Wir brauchen nicht mehr surrendern. Ich weiß nicht, was er da tut. Yippie, aliens haben gewonnen. Das war ein Fronzo. Für weitere Abklärungen mache ich jetzt einmal einen Aufnahme-Break.